David Wagner ist nicht mehr Teammanager von Huddersfield Town. Der englische Erstligist und der 47-Jährige trennten sich nach offiziellen Angaben in beiderseitigem Einvernehmen. Wagner war seit 2015 Coach in Huddersfield und hatte den Klub 2017 in die Premier League geführt. In dieser Spielzeit steht das Team nach 22 Partien aber auf dem letzten Tabellenplatz.